Ja, moin ihr Lieben. Heute mal ungewöhnliche Perspektive. Ich weiß, ich habe viele Zuschriften bekommen, weil ich ja mal erzähle, ich nehme meine eigenen Presets und man solle sich selber welche erstellen, ob ich das denn mal zeigen kann. Das machen wir heute. Ich zeige euch mal, wie das ganz easy geht, dass ihr eure eigenen Presets habt und checkt hier gleich mal meine neue Aufnahmemöglichkeit für kommende Livestreams. Also, dranbleiben. Hoffentlich spannend. Oh, 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 oh. Ja, moin ihr Lieben. Willkommen zurück. Ja, ich zeige euch das heute mal. Wir gehen gleich in Lightroom und ich zeige euch, wie ihr euch eigene Presets machen könnt. Ganz easy. Ja, darüber hinaus checke ich hier halt gerade mal ein bisschen eine neue Webcam, die jetzt, man kriegt wieder Webcams, um halt vielleicht auch mal solche Aufnahmen zu machen, mit diesem OBS mal zu arbeiten oder halt mal schnell für so Quickdinger mich so zu filmen. Und, ja, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr die Qualität findet. Ich glaube, ein bisschen besser. Es müsste jetzt auch in Full HD sein. Also, von daher, ja, wir gehen einfach mal in Lightroom und ich zeige euch, wie ihr das macht. Okay, dann sind wir jetzt in der aktuellen Lightroom-Version. Ich habe einfach mal hier ein Bild genommen, hier aus unserer Home-Zeit. Ein Bild, also was jetzt hier auch komplett zurückgesetzt ist, Out of Cam. Und jetzt würde ich zum Beispiel mal ein paar Standard-Einstellungen für mich machen, vielleicht schon mal so, um so ein Preset zu haben. Klein bisschen hier, Kontrast. Einfach mal so eins, wo man sagen könnte, okay, bisschen Klarheit, klein bisschen Struktur. Sättigung, das lasse ich alles. Und dann würde ich hier die chromatischen Aberrationen, Profil, das ist angeklickt, schärfen, das ist ja diese Voreinstellung, das lasse ich alles so. So, und jetzt habe ich zum Beispiel hier halt ein Bild. Also ist ja jetzt so schon echt ganz cool. Und hier drüben auf der linken Seite sind ja die Presets. Und ihr seht ja jetzt, hier sind zum Beispiel meine Presets. Und jetzt kann ich halt sagen, das soll so ein Standard-Preset werden. Dann geht man hier oben bei Vorgaben auf das Plus und sagt Vorgabe erstellen. So, und jetzt kann ich dem Ganzen hier oben mal einen Namen geben. Sag ich mal Test. JT. Das Ganze soll in die Gruppe Presets gehen, also in meine Presets. Und dann kann ich hier halt anklicken. Was soll er denn alles übernehmen jetzt zum Beispiel? Verlaufsfilter, Radial habe ich rausgenommen. Das kommt immer im Nachhinein. Den Rest habe ich alles angeklickt und sage erstellen. Und jetzt taucht hier unten Test YouTube auf. Also wenn ich das Bild jetzt zum Beispiel nochmal zurücksetze, das war jetzt ja nicht viel. Ich gehe jetzt hier drüber, klicke an, Test, dann habe ich gleich schon mal mein Preset hier drin. Und so ist das hier mit meinen eigenen Presets, die ich mir erstellt habe, halt für meine Kamera. Natürlich fast, ihr seht da schon, hier auch ein krachendes und mal ein mattes Bild. Oder halt hier verschiedene, ja, Presets. Wo ich also auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition habe, erst mal zu arbeiten. Ihr seht, bei mir ist es mehr schwarz-weiß. Aber hier unten ist dann halt jetzt das, was wir eben gemacht haben. Will ich es rausnehmen? Einfach rechtsklicken und kann sagen, löschen. Oder aber ich kann es natürlich auch. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt eins haben, das ist mir vielleicht zu viel Sättigung drin. Ich nehme mal hier die Sättigung zum Beispiel deutlich raus. Gehe wieder hier drauf. Sage Vorgaben erstellen. Machen Neues. Und so weiter und so fort. Also überhaupt nicht schwierig. Ganz easy. Aber es erleichtert halt wirklich den Arbeitsablauf. Macht es mal. Macht euch mal so ein paar Standarddinger. Vielleicht die zu euch und eurer Kamera passen. Und spielt mal ein bisschen rum. Und habt einen eigenen Ordner. Und das ist auf jeden Fall eine wirklich coole Sache. Ja, wie ihr seht, überhaupt kein Hexenwerk. Und ich finde, der Vorteil ist, man kann sich verschiedene Sets machen. Vielleicht eins mit ein bisschen mehr Kontrast. Eins schon mal mit Tiefen und Lichtern. Vielleicht schon mal, wie gesagt, Objektivkorrekturen. Was auch immer. Macht euch ein Krachen. Das macht euch ein Schwarz-Weiß-Set. Und man hat halt deutliche Zeitersparnis, wenn man damit arbeitet. Und man kann dann immer noch fein justieren. Also überhaupt kein Hexenwerk. Und ja, wenn ihr weitere Ideen habt, was ich euch so in solche Quick-Tipps mal zeigen soll, schreibt mir das gern. Und ansonsten hoffe ich, der kleine Test war okay. Es hat euch ein bisschen gefallen. Es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, Anregungen, schreibt mir. Und ja, nochmal danke für die Mails zu den Podcast-Folgen. Es hat mich sehr gefreut. Okay. Ich wünsche euch was Schönes. Werdet und bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns, ihr Lieben. Also vielen, vielen Dank. Macht's gut und auf bald. Tschüss. Meine Damen und Herren. Ich hoffe, es geht auf jeden Fall.